Elektromeister ist ein Installationsbetrieb für Elektroinstallationen. Wir montieren von der Telefonsteckdose zu der PV-Anlage eigentlich alles. Der Umgang bei unserem Team ist sehr familiär. Wir helfen einander. Das ist eigentlich so, was auch uns als Elektromeister frei ausmacht, dass wir wirklich füreinander da sind und miteinander arbeiten. Zukunftsmöglichkeiten bei uns in der Firma Elektromeister sind gegeben. Wir sind ein stetig dynamisches Unternehmen und wenn jemand einen Projektleiter oder Sicherheitsberater Weiterbildung machen will, sind wir bereit, das zu unterstützen und auch die Möglichkeit zu geben. Wir haben Geschäftsautos, die wir auch privat nutzen dürfen. Wir haben ein eigenes Geschäftshandy, dass wir bei den Kunden telefonieren können, mit Herstellern, mit den Kunden telefonieren können. Das finde ich sehr einen grossen Vorteil. Die Stimmung im Team ist wirklich sehr gut. Wir haben immer schöne Gespräche, wir können über alles reden, sehr familiär. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist genau gleich wie zum Mondeur. Ja, es ist wirklich überall genau gleich. Sie sind genau auf der gleichen Ebene wie alle anderen auch. Es ist ein Geschäft und alle helfen miteinander. Es braucht uns, dass wir auch Kunden glücklich stellen können, dass wir den Strom zu den Kunden bringen können. Und darum bewirbt dich bei uns. Ich bin ganz gut. Ich kann das bei uns. Ich bin ganz gut.